Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 21 von Astronia. Ja, wir sind hier im Fahrzeug. Wir sollten jetzt nochmal absteigen und dann schauen, dass wir Sachen, die wir im Rucksack haben, entladen. Danach wollen wir hier die Rampe machen. Wir brauchen noch Gemisch, um diese Teile zu machen, damit wir Sauerstoff unten haben. Und dann gehen wir nochmal runter, weil der Anonymous war das. Der mir geschrieben hat, dass ich doch zusehen sollte, noch eine Zinkblende zu holen, weil ich habe fast die dritte und 3er brauchen wir irgendwo dafür, um das abzuschließen. Das machen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann gucken wir uns das jetzt mal hier gerade an. Rucksack und abgeladen und abgeladen. Das lassen wir drin. Das lassen wir drin. Oh, wir haben hier sogar gemischt drin. Dann hätten wir das auch woanders aufbauen können. Naja, machen wir die gerade fertig. Da sind sie. Dann können wir den Rucksack schließen und können dann auf Wanderschaft gehen und die Straße nach unten oder was, wie man es auch immer nennen will, verbessern. Also hier haben wir jetzt nicht so den idealen Weg hier, ne? Werkzeug raus und dann ein bisschen schräg nach oben, aber nicht so viel. Das war jetzt wieder nichts, ne? Kriege ich das so hin? Oh, der ist viel zu hoch. Gefallen tut mir das jetzt gerade nicht, wie es ist. Okay, das war es auch nicht. Oh, ich glaube wir sind da gerade ein bisschen zu tief unterwegs, oder? Okay, das Fahrzeug steht da, aber ich glaube das geht so, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, dann müssten wir diese Ebene einfach hier weiterziehen und dann da vorne gleich rauskommen, oder? Okay, der da ist umgefallen. Das ist, glaube ich, Schrott, ne? Ja. Den bauen wir mal wieder richtig hier hin. Ah, ne. Oh. Jetzt passt der natürlich wieder nicht, ist klar, ne? Okay, dann ist das gerade so. Dann lassen wir uns das Werkzeug gerade rausnehmen, hier ein bisschen was wegbauen, was noch im Weg ist. Jetzt müssen wir, ach, hier neben steht noch einer. Okay. Dann müssen wir den einfach nur hier weiter hinsetzen, wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, dann, wo sind wir denn hier langgegangen? Aber jetzt sieht, ach, die Ebene ist da oben gelandet. Okay. Spannend. Aber schön ist was anderes, ne? Ja. Wie sind wir denn jetzt hier so? Hier sind wir schräg runterfahrend nach da. Und da müssen wir was wegbauen, ne? Okay, das sieht alles doof aus, ne? Gehen wir da mal hoch. Okay, da kann ich jetzt hier mit leben, mit dieser Ebene. Okay, aber hier geht es schon wieder mit dem Sauerstoff. Doch, der geht da rum. Dann machen wir mal hier gerade weiter. Den können wir hier ruhig zumachen, das ist ja egal. Die Ecke muss weg. So, passt zuerst mal. Dann machen wir mal wieder gerade. Einmal umdrehen, einmal runtergehen. So, die Ecke ist hier. Jetzt mal wieder gucken. Das geht erstmal so, oder? Ja, wir müssten hier gerade was wegnehmen. Das ist zu hoch. Dann wieder glätten. So, da erstmal hochgehen. Drehen, drehen, drehen. Und Ich glaube, so ist gut, oder? So ist gut. Denkste. Sieht auch nicht so gut aus. Ne, das war falsch rum. Wegnehmen. So, jetzt schauen wir mal. Das geht hier. Das können wir so lassen. Dieses hier nicht. Das ist immer noch weg. So, dann auch das wieder umerspringen. Und ein bisschen hier ran kriegen. Okay, das war jetzt hier nicht optimal. So, hier wieder gucken. So, hier wieder gucken. Dann ziehen wir den anderen Weg hier lang, der hier lang geht. Das ist erstmal gut. Aber hier müssen wir diese Ebene wahrscheinlich gar nicht dort drüben gerade hier rüber ziehen. Dieses ist eben, da ist doch gut, oder? Ne, das war schlecht. Wenn wir die wiederholen. So, jetzt müssen wir gerade schnell gucken, dass wir den hier wieder aufrichten. Nein. Holwart Sauerstoff erstmal hier weg. Keine Ahnung, wo der jetzt hingeflogen ist. Da unten putzelt er mir noch. Da unten liegt auch irgendwo einer. So. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken, wie wir das besser hinkriegen. So, Werkzeug wieder raus. Glättenwerkzeug. Passt. Das sieht erstmal gut aus. Das sieht schlecht aus, weil, ach, zu viel weggenommen. So. Das ist erstmal okay. So, wo geht's weiter lang? Na da. So. So, der Anonymous hatte mir auch geschrieben, dass ich aufpassen muss, dass ich den nicht den Boden unter den Füßen wegziehe. Wenn ich das nämlich mache, dann habe ich ein Problem. So, wir sind jetzt hier aber, glaube ich, auf einem Weg, wo man ganz gut fahren kann. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Na, hier ist es wieder ein bisschen schlechter. Aber so, dann geht das schon. Hier kommen wir schon lang gefahren, denke ich. Nee, das war falsch. So, jetzt ist nur die Frage, wo war die Zinkblende? Ja, aber die muss ein bisschen zurück sein, glaube ich. War die hier lang? Ich glaube ja, da hinten ist es, glaube ich. Gibt es einen anderen Weg dahin? Ich glaube nicht, wir müssen hier noch einen neuen Weg stecken gerade. Da ist die Zinkblende, aber das war nicht hier lang. Glaube ich nicht, oder? Okay, der Weg ist jetzt aber hier. So, weiter. Hier fehlt es wieder an Verbindung. Und wieder voran. Und hier geht es lang. Und hier ist unsere Zinkblende. Und da ist der letzte Rest gewesen, den wir brauchten. Ist hier gerade beides, kann das sein? Gemisch und? Glaube ja, ne? Oder? Ne, es täuscht nur. Oh, da ist gerade das kaputt gegangen. Da sprach der Kollege auch von der Anonymous, ne? Dass ich da aufpassen muss. Gibt es das hier? Ja. Ja, ich bin schon dran. Hier einen T setzen. Und dann weiter nach hier marschieren. Und hier auch einsetzen. Dann klappt es auch mit dem Abbauen, oder? Da ist auch noch genug von dem Zeug, ne? Da soll auch noch was sein, aber da ist nix. Ah, da lasst war. Da. 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 Er sagt mir, dass hier was ist, aber irgendwie ist hier nichts. Da muss noch was sein. Na ja, den Platz haben wir noch, das Werkzeug ist schon voll, ich glaube wir sind voll. Das bedeutet wir gehen zurück, ja, das klappt gut mit dem Zurückgehen, okay, das haben wir erstmal. Jetzt können wir zum Fahrzeug gehen und ja, weiterschauen, haben wir erstmal genug geschafft. Okay, wo ist unser Fahrzeug, da kommt die Rampe, naja. Nächst mal fahren wir dann hier weiter mal rein, damit wir nicht so weit laufen müssen. Kriegen wir schon hin. Blende ist genug da, jetzt wird es dunkel, zwei Lampen ausgefallen bei mir gerade. Und ich will hoffen, dass die letzte noch einen Moment länger hält, da ist unser Auto zum Abspeichern. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn es nächstes Mal auch wieder mit auf der Reise geht. Recht herzlichen Dank und gerne das Video teilen und gerne das Video auf anderen Kanälen auch. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, habt da ein Abo gemacht, dann ist das schön. Wenn ihr noch nicht habt, dann macht eins und ja, ganz durcheinander jetzt dadurch, dass die Lampen hier ausgefallen sind. Ich sage mal, bis zur nächsten Folge. Danke, ciao.